Über die Jahre hinweg hatten die Olympischen Spiele ihre Höhen und Tiefen. Es wurden Siege gefeiert und Skandale traten ans Licht. Aber es war auch die Bühne für mehrere tragische Begebenheiten. Bei so vielen Menschen, die jedes Mal erneut heiß auf die Olympischen Spiele sind, können Unfälle schnell passieren. Heute die 10 schockierendsten Todesfälle bei den Olympischen Spielen. Nicolas Bochatei Vor der Qualifikation der Olympischen Winterspiele 1992 in Frankreich war Bochatei 1991 der Schweizer Speed Ski Champion. Es hieß, er sei der beste und könne Geschwindigkeiten von 209 kmh erreichen. Am 22. Februar war Bochatei beim Aufwärmen in einen fatalen Unfall verwickelt. Er kollidierte frontal mit einer Pistenraupe und starb auf der Stelle. Soschi Street Dogs Während der Soschi Winterspiele 2014, bevor die Fans und Athleten eintrafen, wurden einige Vorkehrungen getroffen, um die Stadt aufzuwerten. Bedauerlicherweise war eine dieser Vorkehrungen das Massentöten von Straßenhunden. Die Politiker versicherten, dass dies kein Part der Vorbereitung auf das große Event sei. Und im selben Atemzug wurde eine Firma auf die Beine gestellt, die zur Säuberung des biologischen Abfalls zuständig war. Sie fingen sofort an, die Hunde zu jagen und zu vergiften. Unter der Order, so viele Hunde zu töten wie nur möglich. Vor der Eröffnungszeremonie. Hunderte, wenn nicht tausende von Hunden wurden grausam getötet. Bevor Oleg Deripaska, einer der reichsten Männer Russlands und Hundeliebhaber, hervortrat, er nutzte einen Teil seines Reichtums, um in Soschi eine Heimat für die Hunde aufzubauen, indem sie gefüttert, gepflegt und Zuneigung bekommen haben. Knut Jensen Der 20 Jahre alte Knut Jensen war ein dänischer Radsportler und Teil des dänischen Radsportteams der Sommerspiele 1960 in Rom. Während des 100km-Rennen, bei einer Hitze von 40 Grad Celsius, brauchte einer des dänischen Vier-Mann-Teams medizinische Hilfe, nachdem er zu Boden fiel. Den Athleten wurde dennoch erlaubt, das Rennen zu Ende zu fahren, ohne disqualifiziert zu werden. Sie gewannen die Silbermedaille. Kurz darauf kollabierte Jensen. Er wurde in ein Militärkrankenhaus in der Nähe gebracht, verstarb jedoch tragischerweise am selben Abend. Ob es das wert war? Centennial Olympic Park Designed, um die Heimat der Olympischen Sommerspiele 1996 in Atlanta zu sein, birgt es genug Platz für viele Tausende von Menschen. Während eines Konzertes am Abend, entdeckte ein Security-Mitarbeiter eine Camping-Tasche mit drei Rohrbomben unter einer Bank. Er meldete den Fund sofort und man fing an, das Areal zu evakuieren. Jedoch konnte das Bombeneinsatzkommando die Bombe nicht entschärfen und sie detonierte. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Der Attentäter, Eric Rudolph, wurde erst sieben Jahre später geschnappt. Black September Während der zweiten Woche der Olympischen Sommerspiele in München 1972 wurden die Spiele von einem tragischen Vorfall überschattet. Eine terroristische Gruppe, genannt Black September, nahm in der Nacht elf israelische Athleten als Geisel. Zwei der Geisel leisteten Widerstand und wurden auf der Stelle getötet. Die deutschen Behörden boten den Geiselnehmern eine unbegrenzte Summe von Geld im Austausch für die Geiseln. Die Gruppe lehnte jedoch ab. Es wurden Scharfschützen um das Gebäude postiert und diverse Rettungsversuche unternommen. Jedoch lief alles schief und die Geiselnehmer öffneten das Feuer. Am Ende wurden alle neun übrig gebliebenen Geiseln getötet. Des Weiteren starb ein Polizist und fünf Männer der terroristischen Gruppe. Die anderen drei wurden verhaftet. Rio Baldas Über einen Zeitraum von drei Jahren wurden in Rio unter anderem die Metro, zwei Museen und Autobahn renoviert. Des Weiteren wurde der Olympische Park in dieser kurzen Zeit errichtet. Während dieser Bauarbeiten starben elf Bauarbeiter in baubezogenen Unfällen für die Sommerspiele in Rio 2016. Das ist eine alarmierende Zahl von Toten. Führende Rollen machten schlechte Planung dafür verantwortlich. Nodar Kumar Tashvili, der 21-jährige Lootracer aus Georgia hatte eine vielversprechende Karriere vor sich. Er qualifizierte sich für die Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver. Bei einer standardmäßigen Routinefahrt geschah dann leider ein tragischer Unfall. Bei einer gefährlichen Kurve wurde er aus seinem Schlitten geworfen und prallte mit einer Geschwindigkeit von 143 km pro Stunde gegen eine Stahlstützsäule. Die Mediziner stürmten auf die Fläche, doch es war unmöglich ihn noch zu retten. Es war dieser Vorfall, der die Sicherheitsregeln für die zukünftigen Rennen auf ein neues Level setzte. Unsere Herzen sollten bei allen Menschen und Tieren sein, die auf tragische Art und Weise ihr Leben verlieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.